Moin! Willkommen in Hamburg am U-Bahnhof Wandsbek Gartenstadt. Hier werden im Frühjahr und Sommer 2023 die Brücken der U3 über die Lesserstraße ausgetauscht. Ebenso wird die südliche Stützmauer des Bahndamms erneuert. Die kleine Ladenzeile neben dem Bahnhofsgebäude wurde deshalb abgebrochen. An den Gleisen der U3 wurden Schutzhaltssignale aufgestellt. Die Züge der U3 können ohne die Brücken nicht zu den Kehrgleisen östlich der Lesserstraße fahren. Sie wenden daher schon über die Gleisverbindung bei der Einfahrt in den Bahnhof und halten am westlichen Ende des Bahnsteigs. Fahrgäste in Richtung Innenstadt können wie gewohnt von der U1 zur U3 umsteigen. 1. in der Ü8 produziert eine Bescheidung. Nur Clean1 bakın die Arbeitspläne aufgestellt werden, Wereks wurde von 3 aufgerdas in Richtung Innenstadt. Verwandte Lynn ist das Haus irgendwasig. Az Video ist das ha 위�esis . Aber wie es passiert ist, dieuity ansteiger und caию wird Romania zwischen Newton den Patienten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ohne die Brücken ergeben sich ungewohnte Ansichten. Und nun viel Spaß mit dem Video. Ohne die Brücken. Ohne die Brücken. Ohne die Brücken. Ohne die Brücken. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.